Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, hier sehen wir ein kurzzeitiges Video, habe ich mich gerade spontan entschieden, das mal aufzunehmen und zwar zog ich mit meinem Kumpel André, moin André, moin, zog ich hier mal ein bisschen Battlefield 3 Koop, ja, und zwar, wie hieß das, Operation Exodus, ne, was, ne, was, genau, Operation Exodus, Koop, und jetzt geht's los, Achtung, ich bin ein bisschen nuphaft, äh, kennt mich ja, ihr wisst, ich bin nicht der beste Battlefield Zocker, und deswegen muss ich hier ein bisschen Koop üben, ne, ja, ist ein kleines Trainingcamp, ob ich kann auch opfen, ich nehme mal grad hier die, ja, ne, wo ist denn die, die hier, hey, geh weg, ne, 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 Nein, die Mini brauche ich nicht. Die brauche ich. Nein. Hallo, Freundchen. So, und jetzt geht es los hier. Und ich habe Angst. So, siehst du da echt schon was? Ich sehe da gar nichts. Vor allem, man sieht es hier schön. Ist hier ganz realistisch. Es liegt genau drauf. Also, kannst du dann später sehen, was ich meinte? So, Pam, Pam. Pam, Pam, jetzt wird hier ein bisschen aufgeräumt hier. Hey, Baller, nein, es ist nicht derjenige. Nein, die verziert hier gar nicht. So, Freundchen, legst du dich hin schlafen? Ja, was, was war das? Hast du es gesehen, wie der weggeflogen ist? Ja, das war natürlich ganz nass. Wir kennen das ja auch im FIFA sowas. Und, ja, EA halt, ne? Also, dankeschön für diese Kuh. Freundchen, leg dich hin schlafen. Hey, ganz, ey, Leute, ganz ruhig, ja, wir sind eure Freunde. Wollen euch nur tüten. Was meinst du? Ich glaube, jetzt schlafen wir schon. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Du bist ja dabei. Muss man zweimal aufschießen? Ich probiere es auch einmal. Bam! Ist einer gleichzeitig geflogen irgendwie oder so? Nee, echt jetzt? Nice is thing, nice is thing. Double. Motherf, nix. Also, wir haben die weggeballert, so. So, die? So, da. Aber, der ist zwar cool irgendwie, aber die verzieht bis hin, krass. Wenn man zu lange drauffällt. So, Pam, einmal und weg ist er. Gute Nacht, schlaf gut. Träum, was süß ist. Träum davon, wie hättest du mich abgeknallt? Tja, ist leider nicht gekommen, so, wa? Hast du ihn schon abgeknallt? Hey, du bist ja fix. Und jetzt? Und jetzt ist schon, ja, gut nach. Die kommen schon, oh, da. Oh, warte, was du jetzt machst? Ich hoff mich hier eiskalt hier raus. Okay, vielleicht doch nicht. Ey, war da eine Ecke? Komm von da oben. Was? Ja, sch- Ja, Mann, Harry. Komm mal. Ja. Ach, warte, der war da, ne? Warte, ich hab mich mit mir zuhören. Das ist genau, wo wir seid, für eine Chance. Boom, sie sind weg im Haus. Scheiße, ne? Hehehe, da wusste ja, da war da war. Nee, das war noch einer. Freundchen, gut nach. Binst du, Freundchen? Da wollte mich verarschen, wollte mich. Küsten überhaupt. Hier unten. Da war's noch einer. Warte mal. Äh, der Panzer. Der gute Panzer. Scheiße! Ist er weggerätzt schon hier? Wow. Der dritte aber durch. Pff. Stocker dich weg. Da hat er noch seinen letzten Pups abgelassen und weg war er. Da ging er ab ins Nirvana. Also, was, äh, hallo. Wir müssen jetzt rüber gehen. Ja. Äh, ich mach mal nix. Wir chillen gleich einfach nur. Wir chillen mal da hinten hin. Zu diesem coolen, viereckigen, äh, äh, Rautending? Nee, Quatsch. Ach, du wirst ja wieder vom Hund überfahren. Nein, 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 nein. Das möchten wir hier nicht. Und ich bin auf dem Dach. Du bist auf dem Dach. Ich bin hinter dir. Und jetzt auch auf dem Dach. Also schon vorher. Wissen. Meins hat ja nicht so ein Ding, ne? Guck mal. Dieses Ding. Nur dein doofes Ding, ne? Nee. Du auch. Du musst hocken und da direkt an. Ach, ach, ja. Ich muss hocken. Das vergesse ich immer. Zack, das auch. So, das ist doch mal viel komfortabler hier. Ja, jetzt kann man die wegnageln, ähm, äh, in einer besseren Position. Nageln in einer besseren Position. Ja, was sonst? Und da ist wieder so ein schönes Haus. Guck mal. Mein Häuschen. Hey, Mensch, ist doch gerade. Sag mal, von da oben. Oh, oh, mach sie kalt. Kalt, 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 kalt. Oh. Ja, und jetzt lernt deine Kette nach, Freundchen. Ja, nebenbei mal kurz hier so. So, und jetzt, äh, hier, holen wir weg da. Du, bleibst bitte da hinten. Und wir hatten mal bitte auf uns abzuschießen. Denn das möchten wir nicht. Das mögen wir gar nicht. So, so geht das, wa? Hat zwar nichts gebracht. Ich glaube, die waren vorher schon halt tot. Aber, cool, was? Irgendwie trotzdem, ne? Also. Ja. Also, ich bin schon ein bisschen besser geworden, muss ich sagen. Finde ich. Hey, der ist ja immer noch da. Willst du mich verarschen? Gute Nacht. Oh nein, schon wieder nachladen. Ich hatte ihn noch fast gehabt. Aber ist weg, ne? Hast du ihn weggeholt? Jo, er ist gerade quer über die Märkirchen. Ne, ne, ne. Das gibt's doch nicht. Da kommen sie. Rechts. So. Rechts. Ach, da kommt er. Oh, ich geh, ich geh. Der kommt mal hin. Hey, Freundchen, geh schlafen. Das ist schon spät. Spät. Du siehst mich, ich seh hier nicht an. Ich seh hier jetzt gar nicht mehr an. Mal, niemanden. So, jetzt kann ich wieder mein Schuss geschützt. Hallo, Leute. Wie geht's? Ein Panzer und... Gut. Der will mich verarschen, ne? Ich hab gar keine Muni und versucht, ihn abzuklatschen hier. Tja, äh... Tut mir leid, aber ich kann hier dir grad gar nicht helfen. Ich lebe mich mal ein bisschen schlafen. Gute Nacht. Tanzerchen. Ach, scheiße. Noch gar nicht. Äh, bitte hau ihn weg. So, ist er gut nachgegangen. Okay, tschüss. Tschüssi. Oh, bleib ich dich. Oh, oh, oh. Warte, ich hau mal grad mich hier hin. Ach, da oben. Ich seh grad nix. Doch, da ist er. Oh, da ist noch jemand. Dich wollte ich hier nicht sehen. Und dich? Nein, ich hab keine Muni mehr. Verdammt. Ja, ich seh hier. Ja, ich lag mir grad auf. Verdammt. Dies doof. Dies doof, dies doof, dies doof, dies doof, dies doof. Dies doof. Ich wollte eigentlich nur noch für wechseln. Die hat keine Munition. So, man muss es hier ist auf dem Moni. So, kommen ein, der ist doch nur ein Moni. Der kann doch nicht sein, dass er, dafür keine Muni hat. So, bist du, bist du weggegangen? Nein, ich bin zum Messer. Du gerade, spinnst du? Oh, wir sollten abhauen. Nee, es abhauen. Oh, warte, ich knall noch den abhauen. Wohin abhauen? Dahin abhauen. Okay, ich folge dir. Hier, schluck das. Du Schwein. Oh, noch so ein schiefes, äh, schiefes, schiefes, schiefes. Also, ich glaube, ich würde es schiefnehmen. Ja, nee, 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 nee. Sag mal, hier, pass auf, hier, schluck Granaten, Freundchen, schluck Granaten. Ja, bringt zwar gar nichts, aber, na. Hui. Oh, ich bin reingesprungen, richtig. Das war nice. Hier, guck mal, scheiße, die Lütenschüssel hier. Abballern. Wieso haben die da eigentlich so viele Spiele, oder was? Haben die da einen besseren Fang, oder was? Also. So, äh, bisherige Pfundzei übertroffen. Yeah. Oh, so auch ein bisschen hier, guck mal. Fünf Sekunden weniger, glaube ich, ne? Obwohl ich mir nicht, wo ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen kann, dass wir es genau in zehn Minuten geschafft haben. Das wäre ein bisschen episch, ja? Aber stand, ja. Naja. Ich gebe mal kurz die Statistik, auch wenn es peinlich ist. Obwohl, es ist schon besser. Es ist schon besser. Ja, wenigstens, äh, naja. Hier, ein bisschen geholfen habe ich auch. Ein, ich habe ein Fahrzeug wenigstens zerstört. Jo. Danke, danke. So, äh, ja. Aber sonst war ich scheiße, aber besser als vorher. Was für immer mehr. Ja, ich bedanke mich, ähm, bis zum nächsten Mal. Sag tschüss. Ciao, Leute. Sag abonniere nicht, nein, sag das nicht. Ich wollte gerade was sagen, was mir geklaut. Äh, die Grüße an, äh, das krasse Leben. Peace. Nein, ähm, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Diggers. Haut rein. Peace.